Und damit willkommen bei The Texas Chainsaw Massacre, basierend auf einer wahren Begebenheit. Ja, wir haben uns überprüft. Genau. Live vor Ort. Wir waren dabei. Naja, ich steck dabei. So ein Ruck. Ruhe verdingern und dann einmal durch den... Einmal durch den Masken-Darm und fertig. Zauber, gute Arbeit. Da lacht sich Tissi wieder mal kaputt. So. Jetzt mal ein bisschen Performance, ja? Ja, erste Runde, ne? Bei der Batterie gespawnt. Ja, erste Runde, genau, komplett. Ja, mit dann rein starten. So, die Batterie läuft. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Dann nehme ich hier noch ein bisschen Blut mit. Ja, Opa, Opa muss jetzt halt schnell seinen Blut bekommen. Opa muss jetzt auch mal so ein bisschen gelevelt werden. Äh, gut, oder ne? Das ist das A und O, sagt der Opa. Ja. Ich muss auch sagen, die beiden Texas Chancellor Massacre-Folgen, die bisher online sind, sind extrem erfolgreich gewesen. Ich weiß nicht, ob du die Aufrufzahlen da in den Blick hast. Nee, hab ich nicht, äh, nicht gesehen. Aber Folge 1, über 70 Aufrufe. Boah, performance. Folge 2 hat auch noch, äh, über 40, also. Leif. Das ist schon deutlich über meinem Kanaldurchschnitt. Ich, generiere die halt doch noch ein bisschen. Ja, ja, also. Alter. Ich mich beacht. Da wieder. Der Name Leunix, der zieht halt doch noch Klicks. Oh, hier, Alter, die kommen alle hier hoch. Das gibt's doch nicht. Alter. Ja, Leunix, das ist, ne? Le-le-leunix? Garant. Le-unix? Ne. Ne. Irgendwie ist einer zu dir im Keller gekommen, wenn du noch im Keller bist. Ne, ich bin schon wieder oben. Ich bin oben jetzt. Ey, Leland, Junge. Ja, hier bei mir. Jo, ich seh's. Ey, Mann. Shit. Der hat mir den auf den Dürst gegeben. Aber hier bei mir hab ich auch was. Der schlägt Frauen. Könnte aber auch. Alter Frauenschläger, komm her jetzt hier. Ja, endlich. Jawoll. Zack. Junge. Schön mit den Wässern. Ah, schicke Friese hat er ja. Jo, hier kommst du angestabt. Moin. Moin. Ist da noch zu? Ich guck mal hier bei der Batterie. Da alles. Oh, da hinten. Mach der Ausratter. Mal gucken, ob hier alles noch gut ist. Ja, das ist noch frisch. Ich guck mal hier bei der Süddeutschmung. Okay. Okay. Ich guck mal hier. Alles frisch. Bein, Hau, wie ein Rocker. Hey, ich hör da wen. Ja? Achso, nee, das ist Johnny. Ist nur Johnny. Ist nur Johnny. Oh, Johnny. Warum hast du kein Gewissen? Oh, Johnny. Ich guck finde sie nicht, die Opfer. Lass mal Opa füttern. Ein bisschen was reinschütten in den Opa. Geil. Läuft der Jenny noch? Hier bei mir. Nee, das ist... Ach, nee. War nur Johnny. Ah, hier ist er bei der Batterie. What? Da war ich doch eben. Da ist die Tür nicht abgeschlossen. Ich schwör. Ich schwör auf alles. Was, die linke ist eh nicht abgeschlossen? Wie, die ist eh nicht abgeschlossen? Nee, die kann man nicht abschließen, die linke. Doch, die kann man alle abschließen. Nee. Doch, selbst. Bin mir dazu hundertprozentig sicher. Nein, die ist aber schon lange nicht. Also, da bin ich schon vor 50 Minuten durch. Ja, aber da muss ja trotzdem der sein, weil man kann beide abschließen. Ich meine, man kann immer nur eine. Ey, ich schwör auf alles. Ich schwör auf alles. Wenn der Koch nicht da ist, kann man die da eh nicht ein Schloss vorhängen. Ja, trotzdem. Ich schwör auf alles. Walla? Walla. Walla? Walla ist schwör... Ey, hier! Äh! Walla! Hier ist wer? Conny! Die wollte gerade die Batterie machen. Die kommt ja eh easy rein. Ach, hier! Die kommt in meine Richtung. Wir müssen sie tot machen. Keine Ausdauer mehr. Wo ist sie? Weishi! Ach, hier hinten stöhnt sie rum. Ich hab kein Gift. Doch, ich hab noch Gift. Jawohl! Geil. Ja, wo willst du hin, ne? Da kriegt sie doch eh einen Stromschlag. Was willst du denn da? Wir müssen sie ficken. Was? Was? Ja! Nein. Gönn dir, gönn dir. Wir müssen unbedingt zum Generator. Oh mein Gott! Warum ist Johnny jetzt auch noch hier? Wie ist die denn jetzt hier raus? Was? Wer? Ja, hier direkt bei der Batterie ist wer raus. Das geht ja gar nicht. Die Batterie war doch noch an. Ja, nee. Offensichtlich nicht. Offensichtlich schon. Ist das noch Satire? Das ist schon Revolution. Ah, hat die Verbindung verloren. Hier, beim Generator, Alter. Kommt mal schnell her. Kommt mal schnell her. Scheiße, ich bin gerade am Großvater füttern. Das kann ich nicht abbrechen. Das ist kacke. Der Generator läuft noch. Ich dachte, da ist wer. Ja, aber hier ist ja auch wer beim Generator. Es gibt ja auch noch den Secret-Ausgang. Hat die einfach die Batterie ausgemacht, als ich die da weggesägt habe. Das ist schon dreist. Das ist richtig dreist. Scheiße. Der ist unten, der ist unten, der ist unten. Der ist tot, oder? Ich bin da mit. Ich tue damit. MVP, MVP. Ja, aber Johnny war auch dabei. Oh, Johnny. Guck, da haben wir doch drei von dir gekillt. Wer hat denn den letzten gekilltet? Der ist verblutet also. Der ist einfach umgefallen dann. Ja, schwarz vor Augen geworden, zack. Hätte das Gift noch gehittet, dann hätte ich einen Kill gekriegt, schade. Tja. Also, dann gleich hier, nächste Runde, direkt drangeschnitten. Bis gleich. Bis gleich. So, willkommen zurück, zweite Runde in dieser Folge. Die ist nie. Der ist freundlich. So, Konzentration. Kontenance. Gerade hinsetzen. Und auf geht's. Mann, wir sind hier nicht zu sparen. Oh. Talas. So. Ähm. Oh, jetzt Bond. die Odde tun dir hier auch. Super. Richtig toll. Kirsti, kannst du bitte einmal aufhören zu singen? Danke. Da, 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 da. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Ey, sind die dreist. Die sind ja direkt hier. Dachten wohl, ich sehe sie nicht. Ja, das ist aber dreist. I'm supposed to be mute. But there ain't the truth. Oh, I got the items and I wear their faces. It's a whiskey game. And I'm chasing them all the way. Okay, Grandpa. Here, drink again. Ah, Toilet. Ah, schon ist er wach. Ach, ist das scheiße. Schon sind sie raus wahrscheinlich. Ach, unten ist einer. Ich kann es gerade nicht sehen. Ich bin in dieser Animation gefangen. Das ist natürlich jetzt ein Goose. Man, Leatherface. Ich hasse es. Ja? So clunky manchmal. Ich habe mich weggeboxt, der Kack, Leland, ey. Ich weiß hier, ja. Ist meine Kettensäge ausgegangen. Mann. Mann, Mann, Mann. Wir sind alle hier hochgegangen. Kann ich nicht hinterher. Weil Leatherface zu fett ist eine scheiß Leiter hochzugehen. Ey, was? Ey, Conny ist hier scheiße. Die sind alle hier. Einz-Konny-Kraner-Stamm Och, Peter, jetzt hör doch auf, mir auf WhatsApp zu schreiben, wenn ich WhatsApp-Web geöffnet habe, ey Das ist nicht gut für die Aufnahme, wenn es die ganze Zeit bling-bling macht Ey, hier ist ja noch einer Hier sind alle Nein, hier unten In the Basement Och, jetzt habe ich das schon wieder verschwendet Das läuft nicht Das hört sich die ganze Zeit an Die geht im Brunnen Na, hier ist noch einer Bei uns Leland Warum läuft der Generator nicht? Ja, weil die den aufgemacht haben wahrscheinlich Schon? Ja, ich habe Leland immerhin Ach, deswegen hat es gerade so gelegt Ich bin kein Händler, ich bin kein Händler, ich bin kein Händler Generator eingeschaltet, gute Arbeit Ja, wie auch immer jetzt hier vielleicht schon ist Wieso gehe ich immer Immer zu Leitern Du, das kann ich dir nicht beantworten Vielleicht ist das Sissi-Gehen noch bei dir Hier steppen noch welche Oh Gute Arbeit Ey Mann, jetzt holt er sich den Kill und steelt den Ernsthaft? Ist doch egal, Hauptsache wir haben ihn Wir sind ein Team Ne, der Random gehört nicht zum Team Zickezacke, zickezacke Wir sind eine Familie Wir müssen zusammenhalten Großvater, ihr habt keinen Hunger Kriegt doch endlich Hunger Er hat doch keinen gesehen, gerade, ne? Trotz hat er immer Hunger Komm schon Geht doch Großvater ist wieder hungrig Schenken wir doch mal die Tore Aufschließen und öffnen Tja, das ist ein Smart Ey, hier ist das Tor offen Och Leute Ist doch nur noch einer am Leben Ja, ja, aber wo? Das ist hier die Frage Zu Batterie Zu Batterie an Ja Hast du nicht vielleicht auch noch was für Großvater? Leider nicht Leider so gar nichts Ah ja, schön Ah ja, endlich Aber, äh, lief doch alles in allem Ganz gut Ich war zwar die ganze Zeit im Keller Also bei mir gab es nicht so viel zu sehen Mhm Ja, ich hab mich aufgenommen Ja, aber, äh, wir sehen uns dann gleich In der nächsten Runde wieder Bis gleich So, nächste Runde Was geht los? Ich bin Bubba Ich bin Sisi, wie immer Die Sisi ist auch dabei Ja, Bubba macht den Keller Alles easy Ich mach die jetzt direkt einfach alle im Keller weg Ich mach die einfach alle weg Ich bin so sauer Du musst du dich in den Vordergrund denken Und deine kleine Schwester Ja, ich bin halt der Hauptcharakter, ne? Deine kleine Schwester möchte auch was spielen Zum Spielen haben Mach die nicht immer alle weg da im Keller So, diese Tür fand ich schon immer hässlich Ja, mach die weg Die hier auch Mach die da auch wieder So mach ich das zu Hause auch immer bei mir im Keller Wir wollen wir mal wegschneiden mit der Kettensäge Mein Vermieter ist schon voll genervt, dass er immer die Tür noch wegschneiden muss Weil ich die immer wegsäge mit der Kettensäge Checkt mein Großvater auf Ich weiß nicht, was machst du Hier ist die AFK Hier ist die AFK Oh, mach ich weg? Ja, mein Kettnick ist gerade abgewürgt Ich muss kurz warten Ach Ja, also ich hatte keine Wahl, ne? Nö Du damit Nur getan, was ich tun musste Das hat mir ja auch keine Freude bereitet Aber Wie besser tun wir das Aber direkt ist nichts Opfer aufgespürt So, ich habe mal wieder reingeschissen Ach, warum komme ich denn hier nirgendswo durch? Himmel, hilf noch mal Ja, dafür ist es halt etwas Gehebig Ich habe aber nicht nicht so schlecht mit ihm bin alter gott habe ich mich gerade erschreckt ich bin voll in den ledern reingelaufen ich habe ihn gar nicht gesehen auf einmal boxe mich weg junge junge ich laufe ständig in leute rein die ich nicht sehe auch im straßenverkehr mein keller kommen hey sag mal witz mich ach so du bist das mein gott mein gott was ist denn los hat er kennt seine eigene schwester nicht mehr oder was siehst du bist es jetzt doch mal die maske ab wo sind denn jetzt für die ganze leute wahrscheinlich haben wir ja auch alle angemeldet du feierst hier ne party und jetzt ist keiner da nicht älgerlich die verstecken sich alle ja das ist schlecht hier kommt mal bei mir muss dadurch das hat die eine ausdauer hier bei mir bleibt 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 verstehen die sind alle geht doch zu dir zu dir zu dir die da Conny! Ey! Geht doch. Rote Haare Sommersprossen. Du hast es genossen. Ja. Es gibt kein Gift mehr. Lass mal hoch. Ich würd gern mal Opa füttern. Mach mal zu, mach mal zu. Ja, zieht. Die Jagd ist vorbei. Sind schon alles fertig. Achso, hab ich schon viel weggemacht? Ja, nicht ganz. Ich hab gar nicht gemerkt, wie viel ich weggemacht hab. 680. Ich bin gar nicht auf den Keller rausgekommen diesmal. Ich hab mal gut zusammengearbeitet im Keller. Kettensägen-Massaker. Sehr gut. Drei getötet. Achso, hier. Johnny hat Einblick gemacht. Johnny. Ja. Mach mal den Schuh. Mach mal den Schuh. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss in. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten, was auch immer ich mache. Mein Name ist Tom und bis dann. Bis dann.